Hallo ihr Lieben, heute habe ich euch diese Aufgabe mitgebracht, die folgendermaßen lautet. Die Skizze zeigt das Dreieck ACD, in dem sich das Trapez BCDE befindet. Sehen wir hier ganz schön das Dreieck ACD gezeichnet und da drin haben wir hier das Trapez BCDE. Berechne die Länge der Strecke AB. Dieses Stückchen hier ist gesucht, das hier rot markiert ist, das nenne ich direkt schon mal X, dass wir das herausfinden sollen und da müssen wir jetzt mal schauen, wie wir hier vorgehen können. Was haben wir hier? Wir bekommen ein paar Längenangaben gegeben. Das Stückchen hier ist gegeben, das hier und das kleine Stückchen hier und die Information, dass es sich um ein Trapez handelt. Was bedeutet das denn? Was ist ein Trapez überhaupt? Das ist ja ein Viereck, bei dem zwei Seiten parallel zueinander verlaufen. Also das gibt uns die Information, dass diese Seite parallel verläuft zu der hier. Und damit haben wir hier eine perfekte Strahlensatzfigur, denn für eine Strahlensatzfigur brauchen wir diese Geraden oder Strecken, die parallel zueinander verlaufen und die werden geschnitten von zwei anderen Geraden, die von einem Zentrum aus loslaufen. Und das wäre hier das Zentrum, da läuft das Ganze los und schneidet diese parallelen Geraden. Und damit können wir hier den Strahlensatz anwenden, denn wir wollen ja die Länge von diesem Stück hier herausfinden. Dadurch, dass wir die Längen der Parallelen bekommen haben, eignet sich der zweite Strahlensatz hervorragend. Der sagt nämlich folgendes, schnapp dir eine von diesen beiden Parallelen und die verhält sich dann zu dem Teil bis zum Zentrum laufend, genauso wie die andere Parallele, wenn du davon hier bis zum Zentrum läufst. Das heißt, anders ausgedrückt in der Gleichung, 5 verhält sich zu x genauso wie 8 zu dem Stück. Wie lang ist das insgesamt? Hier ist x, hier ist 7,5, also beide zusammen sind x plus 7,5. Das ist die Länge von dem Orangenen. Das kommt dann hier unten rein und damit haben wir eine Gleichung, in der x vorkommt. Diese Gleichung können wir nach x auflösen und dann haben wir unsere Lösung schon gefunden. Das machen wir mal hier auf dieser Seite. Okay, unser x kommt hier vor und auch hier vor. Beide Male steht es im Nenner, das muss da raus, sonst können wir nicht nach x auflösen. Kümmern wir uns erstmal um dieses x hier. Hier steht ja durch x, damit es aus dem Nenner verschwinden kann, müssen wir also mal x rechnen. Dadurch löst sich dieser Bruch auf auf der linken Seite und nur die 5 bleibt stehen. Auf der rechten Seite hatten wir diesen Bruch, den schreibe ich einfach einmal komplett ab, aber das muss jetzt noch mit x multipliziert werden. Also wir haben das x von hier, dem Nenner, hier auf diese Seite gebracht. Dasselbe machen wir jetzt noch mit diesem kompletten Nenner. Hier steht ja durch das ganze Ding. Deswegen werden wir auch hier einmal damit komplett multiplizieren. Schön eine Klammer drumherum, damit sich dieser Bruch auflöst und unser x aus dem Nenner rauskommen kann. Das heißt, auf der linken Seite stand die 5, die wird jetzt einmal mit dieser Klammer komplett multipliziert. Und auf der rechten Seite löst sich dadurch der Bruch auf, denn den Teil hier haben wir nach links gebracht. Das heißt, da steht nur noch die 8 und das mal x dann noch hinten dran. Dann geht es weiter. Damit das x hier aus der Klammer rauskommen kann, müssen wir die Klammer mal auflösen. Das heißt, 5 mal x sind 5x plus 5 mal 7,5 sind 37,5. Auf der rechten Seite haben wir immer noch unsere 8x. Damit wir die x jetzt zusammenfassen können, würde ich die 5x mal rüberbringen mit minus 5x. Dann steht die Zahl alleine da und rechts haben wir 8x minus 5x sind 3x. Und damit wir jetzt noch x komplett auflösen können, müssen wir noch durch 3 teilen. Dann haben wir unser x und zwar 37,5 durch 3 ergibt 12,5. Das ist der Wert für unser x, das was gesucht war, die Länge von der Seite a, b. Und damit haben wir die Aufgabe gelöst. Ich hoffe, dass es klar geworden ist, wie man vorgehen kann. Falls ihr Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Ansonsten habt noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut! F zamken! Gewalt! Wunderschönen Tag!